Ich habe an meinem zweiten Semester angefangen mit dem Deutschprogramm und ich habe durch dem Programm ein Praktikum in Deutschland gemacht, denn ich habe zwei Monate selbstständig dort gewohnt, auch mein Deutsch viel verbessert. Ich habe ein paar verschiedene Aufgaben gemacht. Erstens hatten wir eine Konferenz in Polen, wo sie euch auch verschiedene Sachen übersetzen. Ich habe auch mit Flüchtlingen gearbeitet und viele Freunde dort gemacht und ich habe gefunden, dass das eine sehr, sehr tolle Erfahrung war. Ich habe viel gelernt.